So, Diana Demisay, Sie haben jetzt hier die Bühne. Ich gehe zurück. Ihre Fragen an Alice Weidel. Sechs Minuten für Ihre Stimme. Ja, danke, Herr Strempel. Danke auch an Frau Weidel, dass Sie sich auf das Gespräch mit mir einlassen. Ich fasse es jetzt noch mal kurz. Also ich habe einen Migrationshintergrund. Meine Familie hat albanische Wurzeln und ich fühle mich als Deutsche und als Albanerin. Können Sie das so akzeptieren? Natürlich kann ich das so akzeptieren. Warum sollte ich nicht? Sie haben einen hervorragenden Background. Sie haben einen sehr tollen Lebenslauf. Das haben wir gerade auch gesehen. Ich habe mir das auch sehr genau durchgelesen. Und es ist toll, dass Sie hier sind und dass Sie sich wohlfühlen. Warum also nicht? Ja, aber in Ihrem Wahlprogramm steht doch zum Beispiel, dass bzw. Ihre Partei ist gegen die doppelte Staatsbürgerschaft. Die soll abgeschaffen werden. Ich habe eine doppelte Staatsbürgerschaft, die Deutsche und die Mazedonische. Und demnach wäre doch die Frage danach, ob Sie das so, wie ich jetzt hier lebe, akzeptieren können. Eigentlich nein, weil Sie das nicht akzeptieren, dass ich die doppelte Staatsbürgerschaft habe. Na, also die Grundidee, die ist ja, dass man ab einem gewissen Punkt ein Bekenntnis abgeben sollte. Dass dort, wo man auch lebt, dass man sich da auch zugehörig fühlt. Das ist der Grundgedanke. Eben nicht. Also Ihre Partei sagt, sie möchte die doppelte Staatsbürgerschaft abschaffen. Das bedeutet, ich dürfte hier als, es steht schwarz auf weiß gedruckt, deutsch, mazedonisch, ich fühle mich als Deutsche und Albanerin. Und demnach dürfte ich so, wie ich jetzt hier lebe, das könnten Sie auf Grundbasis Ihrer Partei und das, was Sie vertreten und durchsetzen wollen, das könnten Sie dann ja nicht akzeptieren. Also wäre die Antwort eigentlich nein. Nee, ich habe es Ihnen ja gerade erklärt, was der Hintergrund ist. Und der Hintergrund ist auch, wenn Sie beispielsweise die türkische Gemeinde hier haben, dass ein Bekenntnis vorderrangig zu Erdogan, dass das dazu auch führen kann, dass Sie die deutsche Staatsbürgerschaft eben nicht erhalten. Okay, apropos Bekenntnis. Wir schließen jetzt einfach mal mit mir ab. Ich würde gerne mit meinen Eltern weitermachen. Die haben nämlich nicht die deutsche Staatsbürgerschaft, die haben keinen deutschen Pass. Die leben und arbeiten in Deutschland seit knapp 30 Jahren. Und in Ihrem Wahlprogramm steht irgendwie, ja, man muss dann irgendwie 60 Pflichtstunden machen. Man singt ein Volkslicht und dann kriegt man irgendwie eine Urkunde, dass man jetzt deutsch ist. Hurra. Dürfen meine Eltern hier leben, müssen sie sich Sorgen machen, dass wenn sie irgendwie in den nächsten zehn Jahren an die Macht kommen, dass sie dann wieder zurückgeschickt werden, weil sie keinen deutschen Pass haben? Also, dass da drin steht, man müsste ein Volkslied singen oder sonst irgendwas, das stimmt ja so nicht. Also, Sie sollten schon bei der Sache bleiben. Es ist natürlich, wenn ich bitte ausreden darf, was genau da drin steht, weil plakativ sollten wir nicht werden in solchen entscheidenden Fragen. Diese Diskussion müssen wir sachlich führen. Wir haben Probleme in unserem Land und natürlich ist es so, wenn Menschen hier arbeiten, sich positiv, also ausländische Staatsbürger, über die wir jetzt ja auch gerade sprechen, sich positiv in unsere Gesellschaft jahrzehntelang einbringen, dann haben sie natürlich auch ein Recht auf die deutsche Staatsbürgerschaft. Das gilt natürlich nicht für Menschen, die unsere Sprache nicht sprechen, sich in Parallelgesellschaften aufhalten. Ich rede gerade von islamischen Parallelgesellschaften, sich nicht integrieren wollen, die Sprache nicht sprechen. Und da gilt natürlich etwas anderes. Da gelten andere Regeln. Und da stehe ich auch voll dahinter, dass diesen Leuten die deutsche Staatsbürgerschaft nicht zusteht. Okay, also in ihrem Wahlprogramm steht, man muss 60 Pflichtstunden machen, dann hat man einen Einbürgerungstest, am Ende muss man die dritte Strophe von einem Lied, ich weiß gerade nicht mehr, wie der Titel war, einstimmen. Möglicherweise die Nationalhymne. Das haben sie in jedem Land, aber gut, sagen sie weiter. Und dann kriegt man diese Urkunde und man ist deutsch. Und die Frage war, müssten meine Eltern sich Sorgen machen? Und da das Potenzial da ist, dass meine Eltern wegen irgendeinem Test, dass diese letzten 20, 30 Jahre Leben und Arbeiten hier in Deutschland dadurch verloren gehen, dass sie potenziell so einen Test, der ihnen auf ihre Basis entworfen wurde, dass die Idee nicht bestehen. Demnach lautet die Antwort, ja, sie müssten sich eventuell Sorgen machen. Das Potenzial ist da, dass sie dann abgeschoben werden. Das ist meine konkrete Frage, Frau Weidel. Ja, ich würde auch gerne darauf antworten. Sie rekurrieren ja gerade auf den Einbürgerungstest. Den Einbürgerungstest gibt es in jedem Land. Wenn Sie sich einbürgern lassen, müssen Sie einen Test ablegen, schriftlich und mündlich. So, das ist überhaupt nichts Neues. Das ist keine Sonderregelung in Deutschland. Und natürlich beinhaltet so einen Test Fragen zu unserer Geografie, zu der Sprache, zu unserer Verfassung. Und wenn Sie Menschen haben aus einem anderen Kontext, dann wird man ja wohl erwarten dürfen, dass Sie ein Bekenntnis ablegen, sich mit unserer Verfassung, mit unserem politischen System auseinandergesetzt haben. Und das, was Sie gerade beschreiben, das ist typisch für jede Einbürgerung in jedem Land auf dieser Welt. Vielleicht Sie unterbrechen, zu müssen, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit. Ich würde gerne noch ein Thema ansprechen. Ich habe es eben schon mal gesagt. Genau, ganz kurz. Klima ist mir ganz wichtig. Es gibt 25 Millionen Klimamigranten im Jahr. Tendenz steigend, weil es mehr Naturkatastrophen gibt aufgrund des menschengemachten Klimawandels. Das wird beschleunigt. Wir müssen jetzt auch gar nicht darüber reden, ob die Menschen gemachte Klimawandel, ob es die gibt oder nicht. Aber wie wollen Sie mit solchen Klimamigranten umgehen? Also Sie sagen bei der Migrationspolitik, wir setzen bei der Ursache an, setzen Sie bei Klimamigranten auch beim Klimawandel an. Also wir müssen uns alle Mühe geben, alle Länder müssen sich Mühe geben im Umweltschutz und Naturschutz. Ja, aber wir doch auch. Und ja, natürlich, ich habe gesagt alle, und das schließt uns ja mit ein, Frau Demisai. Und das schließt natürlich ein, dass wir internationale Abkommen abschließen, die auch funktionieren. Es geht natürlich nicht, dass Deutschland einen Sonderweg geht. Als einziges Industrieland werden wir keinen Effekt. Ja, aber wir müssen doch Vorreiter sein. Niemand kopiert die Energiewende. Ich verstehe schon Ihr Anliegen, dass wir Vorreiter... Aber wir stoßen mehr CO2 aus im Jahr in Deutschland als ganz ausreden. Nein, aber wir werden keine Vorreiterrolle spielen, wenn wir diesen Sonderweg weiter beschreiten und unseren industriellen Kern schleifen. Wir wissen aber, die Vorreiterrolle... Nein, das müssen wir nicht. Doch, das wissen wir, wenn wir... An dem Punkt muss ich ganz klar sagen, es entsteht eine lebendige Diskussion. Sie beide dürfen die jetzt auch noch fortführen. Aber wir müssen uns natürlich an den Rahmen halten. Die sechs Minuten sind rum. Emotional, damn it! Nummer 1. Nummer 3. Du Untertitelung des ZDF, 2020